Kapitel 2 Penumbra Did I, did I actually manage to rewind time? Mac, are you okay? It kind of seems like you're on drugs. Huh? Oh. No, I'm just really happy you're here with me. And your mom. So, drugs then? Sorry, uh, what were we talking about? Somebody mentioned a phone call? Mm, yes. I was shocked too. I didn't know people still answered their phones. Funny, mom. And yeah, it wasn't a big deal. It was just from the publisher. Publisher? I've been shopping a collection around for a while, and someone made me a deal. Awesome, Safi. That's phenomenal. Was this your big secret? You didn't tell her? I thought she'd have been the first. I didn't want to jinx it. Aren't you always telling me not to tempt the universe? I'm so proud of my girl. Publishing is always such a difficult endeavor. Thanks, mom. No one going to take our order? It's been like a few minutes. Have you ever had a food service job? Like, ever? Also, ich grätsch jetzt trotzdem mal rein und sag herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Double Exposure, Kapitel 2. Es ist irgendwie weird. Das ist einfach so, Joa Safi ist halt da und Max wundert sich anfängt. Ich bin gespannt, wie sich das auflöst und ich gehe jetzt einfach wieder, äh, ich lasse denen jetzt wieder den Vortritt, nicht wahr? I don't think they're ignoring us. They're just understaffed. Give her a minute. Amanda will spot us. They really should hire more hands. No need for standards to drop as soon as the students are gone for the winter. The whole place could use a facelift, to be honest. Come on, Yasmin. You don't have anywhere else to be? Maybe I need to ask Safi about God. Where do I even start? What is that? Oh, shit. Dude, your nose. It's fine. Just a nosebleed. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, wir gucken mal, was hier los ist. Äh, ups. Frist für Essays ist heute um 18 Uhr. Bitte seid pünktlich. Hey, dann hasst sie mich nicht. Mann, nein, hier. Ey, das ist so eine komische Steuerung hier. Hey, hey, weiß irgendwer von einem Kryptiden, der Abdrücke mit drei Zehen hinterlässt? Wie ein großer Vogel? Was von einem Echsenmann? Okay. Das Volk hat entschieden. Die neue Suppe in der ST ist Trommelwirbel. Bitte, 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 Muschelsuppe. Glückwunsch an alle. Ich liebe eine gute Muschelsuppe. New England oder Manhattan? Oh, verdammt. Müssen wir noch mal abstimmen? Äh, der Koch bestimmt. New England. Hast du schon mal einen Geist auf dem Caledon Campus gesehen? Falls ja, schick mir eine DM. Berichtest du auch über Geistergeschichten? Normalerweise nicht, aber ich will rausfinden, was mit diesem Geister auf sich hat. Ich schick dir eine Nachricht. Okay, ich hätte sagen sollen, schick mir eine DM. Außer du heißt Kyle oder Connor. Aua. Wofür ein Outfit zusammenstellen, wenn es in Vermont so verflucht kalt ist, dass es keiner sieht? Oder ich habe ein paar Schatzsicht-Austausche, aber es wird schnell langweilig. Mir gefällt dein Mantel. Wo hast du den gekauft? Ich habe keine Ahnung. Ich komme vorbei und sehe mir dein Outfit an. Wenn du in mein Büro kommst, trete ich dir in den Hintern. Heute Morgen lief ich über knirschendes Eis und den reflektierenden Regenbogen des winterlichen Leuchtens auf unserem Campus aus Kathedralen. So ein wunderschöner Winter in Caledon. Gott, ich hasse dich. Es gibt bedeutende Kunst hier draußen, aber die Leute haben zu viel Angst, etwas zu riskieren. Deshalb gibt es nie etwas Neues. Das heißt nicht, dass wir aufgeben sollten. Es bedeutet, dass wir unsere Vorgehensweise ändern sollten. Das Unmögliche ist geschehen. Safi, ich bin so cool für Nerd-Kartenspiele. Levelin feiert, hat am Massive-Abend teilgenommen und gewonnen. Wenn du mich schon zitierst, Moses, mach es richtig. Was ich sagte war, deine Nerd-Kartenspiele sind nicht bereit für mich. Ich werde dich nie wieder anzweifeln. Du hast so getan, als wärst du nicht am Spiel interessiert. Grandiose Strategie. Verdammt, ich war an dem Abend beschäftigt. Ansonsten hätte ich dich platt gemacht, Moses. Nächstes Mal. Darauf kannst du wetten. Du weißt, mein Dojo steht herausfordernd jederzeit offen, um sie weinen zu lassen. Ich trompfe in meiner Klausur gleich so auf wie in den letzten drei Runden Bierpong. War das bevor oder nachdem ich dich beim Flirten mit diesem süßen Typen gesehen habe? Hoffentlich hast du ihm deine geheime Bierpong-Technik gezeigt. Gut gemacht, Diamond. Sowohl beim Bierpong als auch beim Flirten. Reggie labert wieder nur Blödsinn. Das war ein Freund und so sehe ich ihn nicht. Na ja, ähm, sie nimmt ihr Handy. Entschuldigung. Yo, Studenten haben meine alten Gedichte auf Social Media gefunden und im Unterricht rumgereicht. Scheißleben. Warum? Was stimmt damit nicht? Die sind scheiße. Das bezweifle ich. Du hast zwar hohe Ansprüche an dich selbst. Ich stehe nicht auf Poesie, aber ich habe ein paar deiner Werke gelesen und fand sie super. Moses, ich liebe dich, aber du Lügner. Ehrlich? Ich würde gern Gedichte von Baby Safi lesen. Nein, willst du nicht? Okay. Oh, Barkeeperin in der Snapping Turtle. Komikerin mag Livemusik. Was? Diamond, Filmstudentin. Moses, Lehrassistentin. Drittsemester. Abraxas-Mitglied. Besucht meine Seminare. Dieses Abraxas-Zeug hat bestimmt auch noch irgendwas zu bedeuten. Professorin für kreatives Schreiben. Sachbücher. Safis Mentorin. Autorin von Falls die Straße mich zur Frau nimmt. Was? Studiert Journalistik. Zweitsemester. Besucht manchmal meine Seminare. Hat einen Podcast über wahre Verbrechen. Erpresserin. Nervt. Meiden. Professor, Vorsitzender der Fakultät für Literatur. Autor des Bestsellers Wilder Beasts Than These. Und so bescheiden, deswegen. Hey, das bin ich. Doktorand Astrophysiker. Safis bester Freund. Mein Bekannter. Reggie. BWL-Student. Drittsemester Abraxas-Mitglied. Besucht oft meine Seminare. Safi. Masterstudent. Studiert Poesie. Meine beste Freundin. Ach, jetzt ist es meine beste Freundin. Davor hat sie nur zu Safi gesagt, gute Freundin oder sowas. Jasmins Verwaltungsassistent. Präsident von Abraxas. Wir müssen mit Winn flirten, wenn der Präsident von Abraxas ist. Wir brauchen Infos von ihm. Präsidentin der Caledon-Universität. Safis Mutter. Jasmin. Okay. Hey Max, ich teste nur diese neue Nummer aus, die mir wer gegeben hat. Und guten Morgen. Ich verstehe schon, morgens ist ein Mist. Du musst nicht darauf antworten. Ich freue mich drauf, bald mit dir rumzuhängen. Cool, Schatz, du bist beschäftigt. Meld dich, wenn es bei dir passt. Äh, warte mal. Safi, bitte. Ja, genau. Hey Max, bin gerade auf dem Hof angekommen. An der üblichen Stelle. Bis gleich. Also, ist nicht gerade der wärmste Dezember-Tag. Sag Bescheid, falls du spät dran bist. Mich stört's nicht. Aber du weißt ja, was Mar von Verspätung hält. Wenn du's nicht schaffst, auch kein Problem. Okay. Warte, welche? Okay, unser Tagebuch ist aber nicht gelöscht. Okay. Weil unsere Nachrichten am Handy sind ja gelöscht. Die eigentlichen. 6. Dezember. Diese kleine Scheißerin Loretta hält sich für eine Star-Reporterin. Was für eine Studentin gibt sich solche Mühe für einen Knüller? Ach, das ist eine Studentin und dann geht die mich so an... Wow. Wow. Ich weiß immer noch nicht, was mit Gwen los ist. Und sie hasst mich jetzt vermutlich. Und was soll das heißen von einem Schnüffler zum anderen? Ich schnüffle für einen guten Zweck. Gwen hat sich extrem verdächtig benommen. Da könnte etwas dran sein. Okay, Diamonds Tisch. I'm glad we did that. I still can't believe, Safi is here. Alive. Having lunch with Yasmin as if everything is normal. As if I didn't see her die two days ago. In case this does all go sideways. It was supposed to be a candid. You'll never catch me alive. Ach, komm schon. Oh, Safi, komm jetzt. Hände jetzt runter. Okay, ich habe jetzt nochmal geguckt, ob mir das gefallen würde. Noch nicht so ganz. Wird mir das gefallen? Nee. Ich glaube, so würde ich es nehmen. Okay. Mann, ich muss jetzt auf zwei Leute achten, dass die nicht blinzeln. Dann machen wir einfach das. Oh, verdammt. Wir müssen ein neues Foto schießen. Die zappelt zu sehr. Ich muss warten, dass sie eine Pose macht, die hält. Das wäre gut. Ich habe nur das Gefühl, dass es kein... Ey, ihr könnt mich mal... Ich mache nicht doppelt belichten, oder? Mache ich doppelt belichten? Das wäre jetzt so ein gutes Foto. Das funktioniert nicht. Also doppelt belichten funktioniert gar nicht. Ich doppelt belichte. Ich will es haben. Ich will es perfekt haben. Mann, Mami. Okay, mir belichten nicht doppelt. Mit zwei geht das wirklich nicht. Ich passe das. Reicht mir jetzt. Der Tag, an dem ich ein ungestelltes Foto von Safi erwische, wird mein krönender Moment sein. Ich glaube, ich muss einfach richtig schnell sein, ne? Ich erinnere mich, dass du das im Kindergarten auch immer getan hast. Ja, Mama, aber ich bin dem entwachsen. Falls du es schaffst, gebe ich dir 100 Dollar für eine Kopie. Gemessen an der Schwierigkeit ist das nicht annähernd genug Geld. Ich finde, es trägt zu der geheimnisvollen Aura einer Schriftstellerin bei. Wie für Salinger. Oh, das ist ein schönes Bild. Ich versuche, einen Tag, ich werde einen Kandidaten von Safi. Okay. Hey, so... Did you do any campus activities when you were in school? You know all about my college days, Safia. Yeah, I know about your GPA. And the drugs you took. What? Come on, Mom. I'm supposed to see through your invulnerable mom mask as I age. I like that you took drugs. Safia, Maxine is here. She's my employee. What? You can have lunch with your employee, but you can't tell her about all the drugs you used to do? Legally? Yes. What crazy system is running this country? Come on, Mom. I'm supposed to see through your invulnerable mom mask as I age. I like that you took drugs. Safia, Maxine is here. She's my employee. Yeah. You can have lunch with your employee, but... I guess that prankster hasn't been back. Bet Amanda's glad. Eh, wir, wir wiederholen uns. Lucin Diamond. Diamond Zara Girl's Best Friend. Isn't Krampus cancelled? Is all of this for that Krampus party? Who's performing? It's for the Krampus roast. Oh, man. Is this your first time? Yeah. Krampus on campus is... Um... Yeah. Oh, guck mal, der Mond ist jetzt anders. Das ist jetzt gelb. Davor war er so bläulich-violettig. Und rechts unten. Und jetzt ist er links oben. Okay. Okay. Suppe der Woche. Muschelsuppe. Oh, wie schön das hier jetzt aussieht. Hell yeah, Diamond. Way to go. Okay, ja, das... Also, war ja schon. Dass sie das nicht sagt, dass das schon war, wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Nice to see this place gearing up for Christmas. Okay, wir sind ja... Wir haben es jetzt akzeptiert scheinbar. Aw. This truly fills me with the holiday spirit. Oh, warte mal. Was war das? Jesus Christ. Every time I look at that thing, it's like a fresh jump scare. Also, ganz ehrlich, das ist nicht Jesus. Glaub ich. Er hat sich mir zwar noch nicht vorgestellt, aber... Kunde 1. Zeitlinie wechseln, okay. Aber warte mal. Da stand gerade Diamonds Tisch. Ich finde Diamond aber nicht. Ja, gleich. Äh, müsste Diamond nicht da sein? Ich hab Angst, ein Polaroid zu übersehen. Hm. 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 War sie nicht immer hier? Warum sitzt sie da nicht? Blöde Kuh. Okay, also ist das... Lebendig. Ah. Hey, Stranger. How are you doing? Oh, I'm doing good. Normal. Hm. Cool. Convincing. I, uh, shot you a couple texts. I don't know if you saw them. Remind me what we decided on last time we talked? My brain is sort of leaking out of my ears. That time of year, huh? Um, a couple nights ago, you asked me if I wanted to hang. Uh, I said yes. Therefore, we decided that we would, in the near future. You know. Hang. Ringing any bells? Uh, yes. I... Loud and clear. I should get back to work. Take it easy, eh? Okay. Okay. I still talked to Amanda two days ago. So far, everything here seems basically the same. Except... Naja, dass sie halt lebendig ist, nicht wahr? I was hoping my nosebleed days were behind me. It feels connected to that humming. And whatever caused it. Da blubbelt. Gender-neutral bathrooms. We love to see it. Ist ernsthaft, der Schildkröten-Kopf für... Ist... Das soll der P... Okay. Die Aubergine, meine ich. Tod. Holy shit. I'm... I'm back, aren't I? In... Dead world. This is so fucking crazy. Ach, du Schande. Hey Max, danke, dass du dir vorhin in BK Zeit für mich genommen hast. Das brauchte ich. Da ist noch etwas anderes, aber das sage ich besser nicht in deiner Nachricht. Können wir uns später treffen? Natürlich. Natürlich. Hm. Klar, ist alles okay? Gott, hoffentlich. Safi? Safi sollten uns unterhalten. Ah, das ist okay. Max hier, ist bei dir alles okay? Mir ging's nie besser. Deine Nummer ist in meinem Handy, direkt über Safis. Das ist alles. Klar. Hä? Aber, hä? Hä? Safi ist doch schon tot. Wie? Hä? Hä? Wie? Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Hä? Warum hat er... Hä? Warum hat er... Zurück zu Safi und... Ja, hier kann ich nicht zu Jasmin gehen. Äh, Safi. Oh, da hat sie blaue Haare und rote Augen und weint. Also, Zeichnung hinten an der Wand. No, Tony, I love it. I do. It's as thoughtful as ever. No. No buts. Only... I know you. If you sent me a gift, it means you won't be coming this year either. Krampus isn't unsettling. It's fun. But... Honestly, I wanted you to finally meet Safi and Max. You'd love them. Right. Next year for sure. And... Thank you again for the gift, Tony. I mean it. Love you back, babe. Okay. 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 Wollen wir mich jetzt plötzlich da... Wow. Ja. Naja. Warum sollte es nicht mehr als zwei Paralleluniversen geben? Hallo? Jesus Christ, bro. I don't mean it in an insensitive way. Just death rates on college campuses. Das war ein Wort und... people die all the time. Do people get shot all the time? I guess not. Arschloch. Gott. Piss sein. Was? Ja. Tut mir leid, hab ich dich ignoriert. Tut mir sehr leid. Ja. 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 Was du hier für... Wir haben bereits in der Arbeit gesprochen. Sie scheint zu sein, du. Ja. Gott weiß. Wir gucken erst mal. Oh, die Musik. Oh Gott. Wir gucken erst mal. Oh, die Musik. Oh Gott. Boah, dieses Lied macht mich einfach gerade so traurig. Ich hab Pipi in die Augen bekommen. Nur wegen des Liedes. Ich hab mich. Oh, das ist eine Jäzmine. Oh, das ist eine Jäzmine. Sie ist so strong. Ich würde totalen Messer in ihr Schoen. Hi, Jäzmine. Oh, Maxine. Du bist hier. Ich würde dich zu sitzen, aber... Ich verstehe. Gehen wir in die andere Zeitlinie. Ich hoffe, wir verlieren uns da nicht. Nur weil sie schöner ist. Und schon scheint die Sonne. Das ist anders. Das sind andere. I'm a computer. Can I crash at your place tonight? Did you just suplex me? Cause you took my breath away. Are you made of fluorine, iodine und neon? Because you're F-I-N-I. Also, halt die chemischen. Naja, ihr wisst schon. Ich hab meinen Schlüssel verloren. Kann ich heute bei dir schlafen? Also, was auch noch Süßes ist... Ich hab vergessen, wo mein Bett schläft. Kannst du mir den Weg zeigen? Irgend so was. Nee, ich hab vergessen, wo dein Bett schläft. Kannst du mir den Weg zeigen? Ich glaub, so ging der. Ist dein Ellbogen in meiner Magengegend gelandet? Denn du hast mir den Atem genommen. Bestehst du aus Scandium, Wasserstoff, Argon und Fluor? Denn du bist scharf. Okay. Haben sie jetzt relativ ähnlich dran gemacht. Sehr gut. Ich hab dich über das Ding zu verstanden. Ich habe das letzte Mal in der Zwischenzeit. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Wir brauchen wir eine Bluttransfusion? oh i'm golden probably just the weather you know oh did the forecast call for massive nosebleeds duty calls send me the bill for the windshield please sophia windshield another piece of shit pie someone hold on it's easier if i just show you jesus fuck sophie is that your car charming right found it this morning do you have any idea who did it no but if i ever find out it's on site they couldn't have picked a fight with a volvo instead this is gonna sound bananas but i feel like i've met this cow you have it's from right over there whatever i gotta meet the tow truck wait hold on the broken horn it looks like there was something written on it max you know i adore you but read the room bud i'm not really in the mood to stare photos of my fucked up car all day yeah sorry hold up sophie's alive in this world her car probably didn't get trashed and the other right also ich wollte jetzt nicht sagen dass das vielleicht eine drohung ist aber das wäre natürlich mein guess weil also sie wird wird sich eh nur drüber lustig machen weil sie halt nicht das weiß was wir wissen und deswegen war das sinnlos und habe erstmal versucht so normal wie möglich mit ihr zu reden dass sie mir auch eine sinnvolle antwort gibt und nicht wieder irgendwelche blöden sprüche macht also safi like wisst ihr den kurschädel untersuchen ja das ach so ach so jetzt was hier ich dachte wir wollen zum auto aber wir wollen den in der bösen zeitlinie untersuchen was auch immer ufa dufa heißt ich kann zur terrasse okay ich würde zur terrasse das hat super schwer also sich daran zu gewöhnen dass sie tot dass wenn sie die ganze zeit da ist doch kurs von besiegen aber ich bin ich ganz froh weil ich mag safi und deswegen bin ich ein wo die tür war kaputt die tür ist kaputt sie ist gefixt alles gut und deswegen bin ich sehr froh dass wir sie so halb wieder haben zumindest er fragt doch den stepbrother war die draußen hat mich darauf geachtet wahrscheinlich weil wir plötzlich raus können meine ich okay die tür schon wieder kaputt oder ist das soll ich glaube nicht dass das so sein soll ist sie vielleicht in der anderen welt die wahrscheinlich ne es kann es macht sinn beim baum schmücken oder so ich bin nur noch am hin und herreisen ich würde gern hier mal rausgehen die Ah, siehne? Ich weiß nicht, warum wir den Toilettenschlüssel haben wollen. Ja, ja, gleich. Aber war hier nicht eine Trittleiter? Ja, die wollte... Ich wollte doch eigentlich die da. Hä? Ach, die habe ich jetzt einfach eingesteckt. Okay, das war ja... Na dann. Also, ich belausche die natürlich gleich. Erstmal. Nicht, dass das irgendwie optional wäre. Er ist, meine ich. Dead World finde ich auch gut. Oh, shit. Warum will ich denn, also... Warum will ich denn überhaupt da, also... den Schlüssel haben? Also, ich... Ich meine, ich habe ihn jetzt. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich mache gerade Sachen, die ich noch nicht machen sollte. Will ich denn da hinhängen? Oh nein, jetzt hat die Todeswelt gar keine. Okay. Okay. Ich habe ihn... Okay, keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Ist schon okay. Ist schon okay. Ähm... Gut, dann... Ab in die Totenwelt. Sehen die eigentlich, dass ich verschwinde? Oder multipliziere ich mich dann? Und andere Mags übernimmt. Und andere Mags übernimmt. Oh, shit. Did Lucas smash Safi's windshield? He's a dick, but I don't know if he's a property damage level dick. But why would anyone else bother snapping his name off? Weird. This is weird. I wonder if anyone at the Snapping Turtle saw the whole thing go down. Nachricht von Diamond. Hi Max, ich melde mich nur, um zu fragen, ob du was von Moses gehört hast. Er ist seit einem Tag oder mehr offline und ich mache mir Sorgen. Er braucht Zeit. Sei geduldig mit ihm. Er wird sich uns irgendwann öffnen. Du hast vermutlich recht, aber es ist nicht gut, diesen Kram zu unterdrücken, weißt du? Oh, ich weiß. Hier, Amanda, der lebendigen Welt nach der... Können wir die einfach die Lebende Amanda nennen und die Tote Amanda, obwohl sie halt noch leben? Und was ist jetzt mit dem Kloschlüssel der echten Welt? Warte mal. Äh, hier, ich geh mal zu denen. Vielleicht geben sie mir ja jetzt, wo sie gesehen haben. Nee. Es tut mir leid, dass ich die Tür immer kaputt mache, aber ich weiß einfach nicht, wie man Türen richtig benutzt. Bitte seht es mir nach. Hey Amanda. I have kind of a weird question. Do you ever have non-weird questions? Occasionally. On a leap year. The whole year, or just February 29th? Now who's asking weird questions? Alright, hit me then. What's the question? Have you had any skulls go missing lately? Wow. Um. That's an extremely specific question. And I can't believe the answer is yes. Our only skull, in fact. I'm dying to know why you ask. Because it somehow ended up in Safi's windshield. Ha! Wait, what the fuck? Are you serious? Yeah. I'm trying to unravel the mystery. Jesus. A skull? I mean, have they never heard of a brick? When did you notice your cow got rustled? Literally just this morning, before I clocked in. It had to be sometime last night. Did you know it had Lucas' name on it? Who? Oh, Colemanero. That makes sense. He's the one who donated it. Seriously? Why a cow skull? I have no idea. I'm, like, physically incapable of listening to that dude when he talks. Toodal. Did you see him in here last night? Lucas? I don't think so. Why? You think he broke into the turtle to, what, steal back his cow skull? I didn't say it was a good theory. Did you see anything suspicious? I mean, the Abraxas kids are perpetually suspicious. They took up, like, six tables last night. Maybe one of them saw something. Hell, maybe one of them stole it. Thanks. I appreciate the info. Anytime, Nancy Drew. Oh, wieder Nancy Drew. I need to think. What is going on? Okay, also, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass, wenn es war. Weil das ist ungefähr, also, ich weiß halt nicht, ich habe, wenn Lukas mag. Aber, also, wenn, wer auf dem, also, ich fände nicht intelligent, aber diesem manipulativen, diesem Big-Brain-Niveau, nenne ich es mal, ja? Dass er so etwas Plumpes machen würde. So etwas Offensichtliches. Weil irgendwie, der Kusche, es passt irgendwie nicht. Was ist das für eine Drohung? Also, was ich mir vorstellen könnte, wäre, also, aber ich glaube halt nicht, dass es Lukas war. Es wäre so doof. Also, halt dieses typische, er hat Angst, dass Safi ihm irgendwie den Rang abläuft, weil er weiß, dass sie die bessere Schriftstellerin ist als er, aber keine Ahnung. Äh, Professor, ach so, ja, das hatten wir. Jemand hat einen Kuhschädel durch Safis Windschutzscheibe geschmissen, könnte das Lukas gewesen sein. Moses sagt, Safi hat Lukas gehasst wie die Pest. Falls es da Stump gab, hat Lukas das vielleicht an ihrem Auto ausgelassen. Das fehlende Horn trägt die Unterschrift von Lukas. Amanda sagt, der Schädel gehört Lukas und dass er ihn in der Snapping Turtle gestiftet hat. Warum würde er einen Kuhschädel stiften? Warum würde er seinen eigenen Kuhschädel nehmen, um anzugreifen? Ähm, ähm, Amanda meinte, ihr Praxas-Mitglieder wissen vielleicht etwas, denn sie waren an dem Abend, als der Kuhschädel verschwand, dort. Moses und Safi sind seit Jahren beste Freunde. Witze, die nur sie verstehen. Alberne Traditionen. Einfach alles. Moses ist daran gewöhnt, dass Safi geheimnistorisch ist. Anscheinend ist das für sie so normal wie für mich. Moses sagt, Safi hat Lukas gehasst wie die Pest. Ich behalte ihn im Auge. Dieser Abend. An diesem Abend fanden Moses und ich Safis Leiche. Er hat die Polizei gerufen. Wir wurden stundenlang befragt. Wir haben angefangen, miteinander über sie zu reden. Zusammen stehen wir das durch. Okay, das finde ich jetzt verwirrend, weil hier ist sie tot und hier lebt sie in den Dingern. Das wäre cool, wenn man da irgendwie noch so ein Zeichen dazu machen könnte, dass man weiß, wann welche Realität. Naja. Safi hat ein Angebot für ihre Gedichtssammlung und freut sich so sehr darüber. Safi und Yasmin wirken so stolz wegen Safis Buchangebot. Es ist schön zu sehen, dass sie miteinander auskommen. Oh, gut. Jemand hat einen Kuhschädel durch Safis Windschutzscheibe geschmissen. Die Abraxas-Mitglieder haben ihn vielleicht aus der Snapping Turtle geklaut und sie sind Winn unterstellt. Winn führt Abraxas. Vielleicht befahl er seinen Lakaien, den Kuhschädel zu stehlen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich an ihn ranhalten werde. Was ist, wenn es nicht nur ein Prank ist? Was ist, wenn diese Safi auch in Gefahr? Ich habe sie nur zurückgebracht. Zumindest weiß ich, woher zu beginnen. Lucas Colmanero und die Abraxas-Society. Find the Skull-Rustler. Save Safi. Hopefully. Und meine besten Leads sind Lucas Colmanero und die Abraxas-Society. Vin ist der Head Honcho von Abraxas. Ich könnte anfangen mit ihm. Vielleicht sollte ich ein bisschen nach Gwynhunter gehen, auch. Sie war schon ziemlich odd. Ja. Time zu starten Fragen. Aber Gwyn wird irgendwas anderes haben. Das wird so ein bisschen eher politischerer Natur sein, schätze ich mal. Irgend so ein Verlierer hat es auf dem Hof probiert und wurde dafür gemeuchelt. Komm mir nur in die Quere, wenn du ein Meister bist. Hä? Jemand ist in mein Zimmer eingebrochen, Arschloch. Achso. Ah, Alice hat danach... Okay. Bring kein Messer zu einem Spielpistolen-Gefecht. Ah. Okay. Hey, sorry, falls ich etwas zu harsch war. Lass einfach ab und zu von dir hören, okay? Hey. Versprochen. Wer ist das? Das warst du nicht. Ich verstehe, warum du wütend warst. Ich melde mich. Versprochen. Danke, dass du das sagst. Ist zwischen uns alles okay? Ja, alles okay. Werde mich niemanden... Niemanden werde ich mich öffnen. Also außer Moses, weil ich mag Moses. Okay, hier ist das... Nur... Ja, okay. Ich gehe jetzt erstmal zur Vents. Campushof Pergola, 6. Dezember. Pergola? Was ist denn eine Pergola? Warte, da google ich doch mal kurz. Pergola. Ich muss nach Sofis' Auto fragen. Ah, warte, das wird wahrscheinlich das Ding da hinten sein. Oh. Die Snapping Turtle, die Volontäre an der Lakeport-Suppenküche suchen. Amanda ist wirklich das Beste. Die Lakeport-Suppenküche. In Zusammenarbeit mit der Lakeport-Suppenküche sucht die Snapping Turtle nach Freiwilligen für das Verpacken, Sortieren und Verteilen von Essen in der Lakeport-Gemeinde. Nur ein paar Stunden deines Tages und du kannst die Leben deiner Mitmenschen in Lakeport verbessern. Melde dich jetzt an oder frag einen unserer Angestellten nach weiteren Infos dazu, wie du helfen kannst. Können wir uns eintragen? Es tut mir leid, Amanda. Ja, da können wir ihn vielleicht warnen und sagen, hey du, bist du komplett gaga? Metalworking ist ein bisschen wie Fotografie. Du wirst nie wissen, wie das Umfeld dein Leben schäuert. Ah, okay. Okay, aha. Okay, ich kann sehen, was anders ist. Okay, 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 okay. Abraxis was at the Snapping Turtle when the skull went missing. Finn's head of Abraxis. Maybe he knows something. Safi told me the campus would be gorgeous for the holidays. Glad I actually get to see that here. That's my handwriting. Wait, am I the mystery photographer? Yeah. Score! Diamond a gazillion points, Reggie Zero. I thought we said no more ambushes. Stop whining, you're fine. But the Snowball War got called off in Dead World. I don't think this is the other timeline. It must be some other one. Yeah. Okay. Aussichtsturm. Ich glaube, wir können gerade eh nicht zum Aussichtsturm, richtig? Ich glaube, wir dürfen da eh gerade noch nicht hin. Also wir werden da wahrscheinlich noch hinkommen, aber ich glaube, jetzt noch nicht. Ich würde halt ihn gerne irgendwie warnen, aber ich weiß nicht wie. Ich gehe mal kurz, also ich versuche mal da rüber zu gehen. Ich weiß ja nicht, ob ich darf. Oh, Finn. Da bist du ja. Ja, gleich, gleich, gleich. Oh, ich würde gerne wirklich ihm sagen, hey, Junge, aufpassen. Ähm, wow, 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 okay. Also, vor allem was, also bitte zieht euch was an. Nochmal. Oh nein, jetzt muss ich auf ihn achten. Oh nein, jetzt muss ich gucken, dass er da draufkommt. Ich mache ein neues. Obwohl, als Geist sieht das auch cool aus. Ich nehme den Geist. Seine Bauchmuskeln sind wortwörtlich gemeißelt. Das stimmt. Ey, was machst du denn da oben? Du sitzt mit einer Jeans im Schnee. Na ja, gut, also wenn du so eine Blasentzündung haben willst, viel Spaß damit, ne? Ja, gut, also wenn du so eine Blasentzündung hast. Kann ich da lang? Aha. Also ich kann jetzt... Wartet, also ich kann ja jetzt... Realität switchen. Und dann kann ich wahrscheinlich da hin. Ich würde erstmal gerne gucken, ob ich die Fotos holen kann. Ich habe bisher noch keins übersehen. Und deswegen tut es halt weh, wenn ich jetzt eins übersehe. Dann gucke ich mal. Aber smart gemacht, dass hier mehr Schnee liegt. Tut es gar nicht, oder? Ich kann immer noch nicht da hin. Verdammt. Na ja, gut. Tja. Oh nein, hier wäre eins gewesen. Okay. Na ja, egal. Reden wir erstmal mit Vins. Äh, Vin, Entschuldigung. Maya Okada. Ich wundere, wer sie war. Wie die, die das Buch beschrieben hat. Kirschblüten. Auch bekannt als japanische Kirsche oder Sakura-Baum. Dieser Baum produziert keine Kirschen, die man essen kann, sondern wunderschöne pinke Blüten. Er blüht in der nördlichen Hemisphäre, gewöhnlich von März bis April. Die Kirschblüte ist die Nationalblume von Japan. Angepflanzt im Gedenken an Maya Okada. Oh, wie schön. Ich will auch einen Kirschbaum. Aber die blühen immer nur so kurz. Das ist so traurig. Speiseopfer. Und, äh, nicht so süß. Du findest, du bringest, gleich zurück zu mir. Well? Go! Findest! Untergrads. Am ich richtig? Okay. Can't live with them, can't run a shadowy secret society without them. If you ever want to borrow one, just let me know. No one should be without a lackey, Max. And yet I've made it this far somehow. You lose something? Mostly my patience. Okay. Hey, I- Um, yeah, yeah. Cute banter, barely restrained sexual tension, etc. I'm busy, Max. Another time. Wow. Okay. What does Vin have them looking for? Let's say I find your missing...patients. Then...I wouldn't be busy anymore, would I? Hm. Mit der Diamond der lebendigen Welt auf dem Campushof reden. Äh, Diamond? Da, Diamond? Wo bist du denn? Wo ist die denn hin? Da stehen die Lakaien auf jeden Fall. Muss die da einfach mit? Ich geh mal... in die Richtung. Im Campushof. Ich mein, das ist alles irgendwie der Campushof? Ähm... Ja, das hätte ich auch gern mal geguckt. Hä, die ist wirklich in der Zeit so weit gelaufen? Wow, Respekt. Oh. It's like an exfil. They have our man and he knows too much. Hey, shh. Huh? Oh. H-Hey there. What did Vin put these guys up to? Oh, uh...hey. You know, if you wanna ask Diamond out, I can introduce you. I'm 70% sure she doesn't bite. How about I put in a good word and... Vin seems really distracting. Hmhm. Whatever he lost, must be important. There has to be some way I can hear what they're saying without them catching me. Aber ich muss ja euch beiden zuhören. Ich glaube, das ist einfach... Junge, das... Krach gleich ein. Ah. Ähm... Es sind einfach beide... Also aus zwei Parallelwelten. Deswegen haben sie sich überredet. Also übereinander geredet. Also übereinander gedacht redet. Vin's... Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Aber ich bin nicht sicher. Aber wenn es ein Passcode ist, Diamond kann wahrscheinlich finden einen Weg in. Ich bin nicht sicher. Ah, shit. Good point. Holy shit. Someone took Vin's phone? Und sie denken es war Diamond. Ich kann das nicht nutzen. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Aber wenn wir ihn finden, musst du uns aus den Rängen bringen. Hm. Okay. Wow. Es wäre so verwirrend, wenn die verschiedenen Portale uns zu verschiedenen Realitäten bringen würden. Ey, ich hoffe, das fällt denen jetzt nicht noch ein. Okay. So, jetzt ist auch der Tipp weg. Hier, mit euch kann ich nicht mehr reden. Ich verstehe es nicht. Diamond ist auch in Abraxas. Warum würde Vin's Goons denken, dass sie sein Telefon genommen hat? Die ist so süß. Diamond ist voll niedlich. Ich weiß auch nicht. Also. Wenn du fragst, warum die Abraxas Kinder dich bemerken, dann ist es, weil jemand Vins Telefon verbringt. Geräusch? Sie denken, es war ich? Sie denken, es war ich? Die Clownery. Natürlich. Natürlich. Vost was? So, war es du? Hier war ich, denken sie nicht die Artists in Residenz join Abraxas. Ich bin nicht. Und trotzdem, du bist hier, über mein Geschäft auf Vins Orders. Hä? Das ist ein Nein. Das ist korrekt, Max. Ich brauche noch Vins Telefon. Was geht bei dir und Vin vor sich? sind Sie und Vin Rivals? Enemies? Um ihn zu sagen zu hören? Beide. Und um ihn zu hören zu hören? Was? Vin ist ... ... ... ... ... ... ... ... Sie ist ein Pid. Ihre Mimik war Gold wert, also von Max. Du bist eine Anomalie für Abraxas. Was, wenn du das sagen hättest? Du denkst, dass du dich über die Abraxas zu sein? Abraxas? Die Königin? Die Königin? Die Königin? Die Königin? Ich würde gerne... ... 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 Das ist seine Krone. Weil Bursche ist ja männlich, also, naja egal. Es gibt inzwischen alles. Ich hab Angst, dass es das gibt. Ja, ich bin doch auch schon da. So, bad news, I'm not sure who took your phone. Good news, it wasn't Diamond. Holy shit. You figured all that out with like zero clues? I just knew who to ask and how. So, about my question. I'm free Tuesday, after seven, and I'm partial to a Japanese single malt. That's whiskey? Yes, but damn, do I have so much to teach you. So your place or mine? Verlockend, aber. Ah. Cute, and at least a little tempting. But that's not what I was going to ask. Ooh, no fun. So, someone fucked up Sophie's car. They didn't take anything, but they used a cow skull to do it. Jesus. Lex, that's crazy. Is she okay? She's fine. Who would do something like that though? No. You mean who in Abraxas would? No. It's esoteric enough to feel like the handiwork of your organization. Wenn das Publikum das doch nur wüsste. Ah, es könnte böse aufgefasst werden, ne? Also ich dachte jetzt so, oh, ihr Armen, das wäre schön, wenn die anderen das wertschätzen würden, aber wahrscheinlich ist das irgendwie, also eher so ein Front, so von wegen, ja, man erkennt es nicht, das ist Kunst. Es hatte etwas Theatralisches. Hold on, I didn't say anything about our windshield. Wild, right? I'd love to keep chatting and freezing my balls off, but I've got a phone to find. And if I need to reach you? I'll end up in my office eventually. Ben, what did you do? Das ist gut. Dann gehen wir doch auch mal indoors. Kommt jetzt der Katzen-Content? Warum denn? Kann ich mich nicht um die Katze kümmern? Warte mal, wenn ich jetzt in die Todeswelt gehe... Oh, das ist hier. Was ist da mit der Katze? Hm, schade. Ich dachte, vielleicht können wir da mit der Katze und so... Es ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Um es nett zu sagen. Okay, gehen wir rein. Ich kann wahrscheinlich Gwen in ihrem Ofis finden. Und ich glaube, Lucas hat ein Habit, um zu arbeiten, im Café zu arbeiten. Okay. Dann... Versuchen wir es als erstes mit Gwen. Oh, Schnappschuss. Pretty sure you need a time machine to even find a phone booth now. Hm. Ja, das nehmen wir. Doppelbelichtung. Das im Hintergrund muss reichen. Das nehmen wir. Damit hat sich mit diesem Werk selbst übertroffen. Und das will was heißen. Äh, warte mal. Das wollte ich nicht. Wollte ich hier... Das weiß ich zu schätzen, Max. Ich hab mir dafür den Arsch aufgerissen. Dafür wolltest du also mein altes Telefon mit Wahlscheibe vom Dachboden. Das ist echt beeindruckend. Mir gefällt dein retro-futuristischer Blickpunkt. Danke, Moses. Warte hier... Noch beeindruckender ist, dass sie das in der Klausurenwoche durchgezogen haben. Er ist süß, aber keine Mottenmann-Statue. Das hätte ich tun können, wenn ich nicht die in Studio-Arbeiter sticken würde. Hm. B-Stimmt. Hat es auf Vin Langs Krone abgesehen. Warum steht bei Vin nichts Neues? Ah ja, doch. Ähm. Vin wusste, dass der Kuhschädel in Zafis Windschutzscheibe gelandet ist, obwohl ich dieses Detail nie erwähnte. Er erwähnte. Was? 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 Was hat Söder damit zu tun? Ja, was hat Söder damit zu tun? Oh, schönes Büro. So, this Gwyn just got escorted out by security. While dead world Gwyn is having hushed phone calls about the police and trying to break into locked bookcases. Time to snoop like I've never snooped before. Vielleicht ist in dem Buch was. Oh, Possum! Live fast, eat ass. Was? Hi Ratty, es gibt keine gute Art, das zu sagen, aber Jasmin hat mich in unbezahlten Urlaub geschickt, bis das Disziplinarverfahren stattgefunden hat. Ich soll nicht über die Details reden, aber falls dir irgendwelche Gerüchte zu Ohren kommen, das würde ich nie tun. Ich bin weder dumm noch verzweifelt. Ich weiß nicht, wie lange ich fort sein werde, also kannst du bitte meine Pflanzen gießen. Einige davon gedeihen schon seit Jahren und ich lasse nicht zu, dass Caledon sie umbringt. Ich hole dir einen Drink, Gwen. Gwen canceled her weekly meetings with Sophie? Warum? Einleitung in die Sachliteratur, Studentenberatung, Dissertationsbesprechung Robin Flores, Sachbuchseminar für Promovierte, Fakultätsversammlung, Dissertationsbesprechung Safi Levillenfeld, Themen in der Sachliteratur, Kulturkritik, Einleitung in die Sachliteratur, Sprechstunde, Weihnachten, Kwanza, Beginn, Chanukka, Ende, Silvester, äh, b-ba. Okay. Aber es sind gute Noten. Wow, Reggie hat ein A-? Ich bin so am Arsch. Reggie, was für ein Ende. Das ist dein bestes Werk dieses Semester. Du hast ein Talent dafür, kleine Details zu bemerken und ich kann mir den Mann, über den du schreibst, leicht vorstellen. Du hast allerdings 500 Wörter zu wenig geschrieben. Und trotzdem kriegt dein Amino... Einleitung in die Sachliteratur, Professor Hunter, ich dachte nicht, dass er mich bitten würde, seine Lehrassistentin für Einführung und die Astronomie zu sein. Ich habe in meinem Leben keinen einzigen Astronomiekurs belegt, aber er sagte, ich frage dich, weil du alles tun kannst, Diamond. Ich habe dich noch nie scheitern sehen. Als erstes dachte ich, das stimmt nicht. Aber dann dachte ich, wenn er glaubt, ich kann alles, dann kann ich es vielleicht wirklich. Diamond, dies ist eine gute Meditation zum Selbstbewusstsein. Du verfolgst die Geschichte deiner Beziehung mit deinem Selbstwert auf spannende Weise. Doch wenn du über dich selbst schreibst, geschieht dies immer noch zögerlich. Etwas, das ich nicht höre, wenn du im Unterricht sprichst. Frag dich selbst, warum das so ist und schreib weiter. Sind das nicht 500 Worte zu wenig? Loretta klingt nicht wie der Typ, der mit einem B glücklich zu sein ist. Einleitung in die Sachliteratur, Professor Hunter. Wir wissen nicht, wann die erste Adoption stattgefunden hat, denn Menschen kümmern sich um die Kinder anderer, seit Geschichte niedergeschrieben wurde. Das Wort Adoption stammt aus dem Lateinischen und bedeutet bewusst annehmen. Loretta, dies ist ein gut recherchierter Aufsatz zur sozialen Praxis der Adoption. Gute Quellen Nachweise, aber dies ist kein persönlicher Aufsatz. Hier findet sich nichts Persönliches. Ich habe den Eindruck, dass du nicht die Zeit oder den Willen hattest, dieses Werk aufzupolieren. Vielleicht war das ja sehr persönlich. Loretta's Note verschlechtert? Nein! Also, das passt schon. Weiter. Und die Nummer 3. Okay. Dr. Hunter. I'm sure you've checked your mailbox and the contents are closed. That's it. Please understand, this is a courtesy from one working woman to another. I don't want to hear excuses or lies. I ask you to leave campus until we can get this whole thing sorted out. The dead. Hm. Okay. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee, ne? Oh. Äh, nee. Oh, nein. Boah, ist das alles voll ge... gepflastert. Oh, süß. Okay, es geht um die Pflanzen, aber nicht um die Fische. Wer füttert die Fische? I'm going to read this. I swear. If I ever have time for pleasure reading again. Falls die Straße mich zur Frau nimmt. Eine Lebensgeschichte. Gwen Hunter. Gewinner des Winterpreises. Verme- Debut. Bei Mario. Ein Black Omen, okay. Ich kenne nur Bad Omen. Aber die Bad Mari, die ist sonderlich, aber hey. Warte mal, haben wir... Die Tasse hatte ich, ne? Vielleicht ist er auch halb leer. Also für Gwen ist es, glaube ich, gerade halb leer. So, dann würde ich jetzt einmal in die Totenwelt gehen. Gwen wirkte gerechterweise aufgebracht, dass man sie aus ihrem Büro zerrte. Das war eine Lesung. Acht Dollar, aber Caledon-Leute mussten nicht zahlen. Die Snapping Turtle präsentiert eine Lesung neuer Essays von Dr. Gwen Hunter, Autorin von Falls die Straße mich zur Frau nimmt. Zusammen mit Literaturstudenten Carol Davidson, Safi Levelyn Fayette, Kai Marchant, Maya Okada, Julia Tong. Diese Maya Okada, das wird auch irgendwas zu tun haben damit. Donnerstag, 5. März, 19 bis 21 Uhr. Tickets 8 Dollar, gratis für Caledon-Studenten. Okay, das Buch, was ich geklaut habe, wo ist das? Busy woman. Abend ist mit Claudia, mit einem Herz. Nicht vergessen, Maria E-Mailen. Hä, da steht stupid motherfucking call with Maria. Warte mal, Achso, nee, das ist, hä, das ist aber nicht chronologisch dann, oder? Doch, das ist der 1. Dezember. Hä, warum steht das? Ist das nicht über, nicht vergessen, Maria E-Mailen. Achso, beschissene Anrufe an Maria. Oh, sorry, das habe ich, also, übersehen. Adaptionsclub, Adaptionsclub, 19 Uhr, Noten einreichen, das Semester ist vorbei, Candy sei Dank. Schwiegereltern reisen an, 16, 15, Schwiegerelter reisen ab, Flug um 14.11 Uhr. Entschuldigung. Ich dachte schon, sie wollten adoptieren, Claudia und Gwen. Da ist es. Okay, dann gucken wir erst mal das an. Diese E-Mails sind von way back. Like, bevor sie etwas knew, sie wanted to be a poet. Sehr geehrter Dr. Hunter, vielen Dank nochmal, dass ich einen Memoiren, Auszug in Gedichtform einreichen durfte. Äh, dass ich den. Poesie hat mir dieses Semester wirklich angetan. Vielleicht wird das mein kreativer Fokus. Aber ich habe eine Frage. Was bedeutet der Kommentar, deine Stimme fühlt sich nicht wie deine eigene an? Danke, Safi. Safi, das erkläre ich gerne. Deine Memoiren in Gedichtformen sind technisch gesehen sehr beeindruckend, denn die meisten Leute klingen wie kaputte Schallplatten, wenn sie Vilanellas schreiben. Oder Vilianellas schreiben, doch deine Stimme klingt weniger wie du und mehr als würdest du klassische Dichter imitieren. Frag dich selbst, wie kannst du dich mit deinen eigenen Worten wohler fühlen? MFG mit freundlichen Grüßen, die Weltliegung. Entschuldigung. Ich verstehe, ich werde mein Bestes versuchen. Danke, Safi. MFG Gwen und dann sehr geehrte Dr. Hunter. Okay, gut. Gwen, danke nochmal, dass du dir das durchliest. Ich musste meine Gefühle niederschreiben oder ich wäre explodiert. Was hältst du davon? Ist es merkwürdig, dass ich schon über sie schreibe? Die Weiden, Weinen, die Früchte verrotten, an den Zweigen, ich sah sie, leuchten und ich sah sie erlöschen. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Nichts anderes existiert mehr in mir. Hey Safi, es ist nie merkwürdig über Schmerz oder das, was dein Gehirn beschäftigt, schreiben zu wollen. Dieses Gedicht ist roh und ehrlich und man merkt es. Mein Rat wäre, mit der letzten Zeile spezifischer und persönlicher zu sein. Was bedeutet es, dass nichts anderes mehr existiert? Ich wusste, Gwen mentorete Safi, aber ich wusste nicht, dass sie so nicht mehr verletzt hat. Mögliche Verlage für Safis Manuskript Starshower Books, Thicketwood Publishing, Present Leaf Press akzeptieren derzeit vollständige Manuskripte von Poeten ohne Buchveröffentlichung. Erinnerungen, Safis Agent mit Maria von PLP bekannt machen. Arclight Literary, Vermillion Press. Okay. Oh, Entschuldigung. Äh, ja? So, Gwen is asking questions about Safis death. Hey, Arc, hast du Safi Freitagabend in deiner Poesiegruppe gesehen oder am Wochenende? Falls ja, wirkte sie irgendwie anders? Hat sie was von Neuigkeiten gesagt? Lass deine Antwort in diesem Buch und bring es zurück in die Bibliothek. Ich will nicht, dass jeder weiß, dass ich Fragen stelle. Danke. Ich schulde dir was. Dr. Gwen Hunter? Ja, Reggie. Ja, L415, okay. Äh, hab Safi Freitag bei den Dichtern gesehen und Sonntag auf einen Kaffee. Sie wirkte okay, glücklich. Hat nichts von Musik, äh, Neuigkeiten, Musik? Was? Neuigkeiten gesagt oder zumindest habe ich nichts gehört. Ist alles okay? Das macht mir etwas Angst. heißt der Reggie L415. D-A-E. D-A-E, nee, ne? Das wird nicht... herausfinden, was Freitag passiert ist. Oh Gott. Der Schädler um. Nee, nochmal. Nein, nochmal. Ja, das ist okay. Das machen wir nochmal. Und let's go. live fast, eat ass. Wise words, whatever they mean. Fiction, nonfiction, poetry, plays, bunch of scenes. Is there anything Gwen doesn't read? between Gwen and me, I bet we've road tripped most of the country. Caked up Mothman, goaded with the sauce. Das ist ein Hintern. Weil du sehr auf Safi und Moses fixiert warst, wahrscheinlich. Und du nicht so der umgänglichste Mensch bist. Das muss sein mit Maria am Freitag. Gwen hat sogar eine Zeit zu folgen. Okay, Maria. Ist Maria die Buchfrau, ne? Wait. This is Safis Publisher. Gwen got Safis book canceled? Hallo Gwen, vielen Dank, dass du dir letzte Woche die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Ich habe die Bedenken, die du geäußert hast, übers Wochenende mit meinem leitenden Lektor besprochen und er stimmt zu, dass sie ausreichend für ein Einschreiten sind. Wir haben den Vorgang Safias Projekt, all die Töchter, über die wir nicht reden, einzustampfen, eingeleitet. Ich weiß, das ist nicht das Ergebnis, das irgendwer von uns wirklich wollte, aber ich weiß, deine Einsichten in dieser Angelegenheit zu schätzen. Hoffentlich arbeiten wir bald wieder gemeinsam an etwas. Maria Sandoval Hi Maria, ich wollte nur kurz auf unser Gespräch und Freitag zurückkommen. Ich weiß, ich habe deine Bombe platzen lassen, aber hattest du schon die Gelegenheit, meine Bedenken mit deiner Leitung zu besprechen? Ich weiß jegliches Update zu schätzen. Diese E-Mails sind von weit zurück. Wie, bevor Safi... Ich dachte, Gwen hat Safi das alles in der ersten Zeit geholfen. Warum würde sie... Nein, das alles muss aufzunehmen. Ich gehe lieber in der lebendigen Welt. Ich gehe lieber hier jetzt raus. In der Todeswelt hasst sie uns eh schon.